Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Heute ist sonntags und sonntags ist jetzt immer Zeit für eine neue Rubrik auf Lady Landrand. Pasta, Jeans and Living Dreams. Sei gespannt, ich erzähle gleich mehr dazu und bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020 Die Welt der Blogs ist wirklich eine ganz einzigartige Welt. Es gibt viel zu entdecken und das World Wide Web, das schickt uns von Deutschland über Spanien nach Italien und ab in die USA, nach Australien und überall hin. Man kann mit dem Internet so viel erleben und es ist eine so tolle Welt und ich liebe einfach Blogs, wie ihr es sicherlich auch schon mitbekommen habt in letzter Zeit. Und Pasta, Jeans and Living Dreams soll dir jeden Sonntag einen kleinen Auszug darüber geben. Informationen über Foodblogs, Informationen über Mode und über InDesign und InEinrichtungen. Und das sind die Themen, die mich wirklich brandheiß interessieren. Und ich suche euch jede Woche so ein bisschen was raus und verlinke euch die Links, verlinke euch die Webseiten in der Infobox. Da könnt ihr euch auch Ideen raussuchen, Rezepte stöbern, neue Modetrends, die uns begeistern, einfach erleben. Und natürlich auch gucken, wie man vielleicht seine Wohnung oder das Wohnzimmer im nächsten Jahr streichen möchte. Ja, diese Einträge werden nicht alle brandaktuell sein. Ich suche einfach das raus, was mir gefällt und was ich irgendwie toll finde und stelle es euch vor. Ja, wie gesagt, jeden Sonntag gibt es das jetzt. Und ja, ich freue mich auf euch. Der Valentinstag ist ja jetzt gar nicht mehr so lange hin. Und natürlich sollte man sich für den Liebsten oder für die Lieben, die man einfach gerne hat, was einfallen lassen. Wenn man dran denkt, ist das immer ganz gut. Und es gibt einen wunderwundervollen Blog. Es ist ein deutscher Blog und zwar ein toller, toller Food-und-Back-Blog. Und der heißt Zimt, Zucker und Liebe von der lieben Ginny. Und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Blog. Einfach Wahnsinn. Und ja, die Leidenschaft von ihr ist das Backen. Und das kann sie auch wirklich, wirklich gut. Und ja, da habe ich euch was ganz Süßes rausgesucht. Und zwar eine kleine Himbeer-Mascarpone-Pie. Das sind so kleine Kuchen mit so einem Herz. Ich weiß nicht, ob man das hier gut erkennen kann. Und nebenbei noch ein paar Blümchen als Geschenkidee. Und das Rezept fand ich total süß und ist total gelungen. Mit so einem kleinen Herzchen und mit so kleinen Kuchen kann man doch die Lieben total erfreuen. Hier habe ich noch so ein Bild. Das ist echt süß, finde ich. So ein einfacher Mürbeteig mit Mascarpone. Und einfach so ein kleines Herzchen in der Mitte. Das ist doch total lecker. Ist eigentlich total simpel, finde ich. Aber dieses kleine Herz in der Mitte macht es zu etwas Besonderem. Und ich finde es wirklich ein, ja, ein super gelungener Pie. Und sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Der Blog Zimtzucker und Liebe ist wirklich ein ganz, ganz toller Blog. Ich bin sehr oft auf diesem Blog, weil, ja, ich finde diese Rezepte, die sie sich da raussucht, wirklich grandios. Und sie setzt das wirklich ganz, ganz toll um. Und, ja, also ich sage dir, vom Kuchen bis Plätzchen, von anderen leckeren Dingen, von tollen, hier, wie heißt das, Stullen und Brotzeiten. Sie macht wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Geh mal rauf. Der Blog Zimtzucker und Liebe verlinke ich dir in der Infobox. Es lohnt sich rauf zu gehen. Und vielleicht ist dieser Himbeer-Mascarpone-Pie eher etwas für deinen Schatz, für deine Schätzchen zu Hause. Übrigens auch was für Kinder. Die lieben das total. Und, ja, ist mein erster Tipp für heute. Der Fruit-Blog Zimtzucker und Liebe. Ach, ich liebe ihn einfach. Jetzt geht es ein bisschen mit Mode weiter. Und zwar auf einem ganz, ganz tollen Blog. Der heißt Modejunkies. Ein deutscher Blog. Habe ich ein ganz tolles Outfit gefunden. Was, finde ich, noch ganz gut in den Winter, aber auch in die Übergangszeit passt. Und den Trend schwarz-weiß ganz gut aufgreift. Und zwar zeige ich euch mal hier. Es ist ein ganz, ganz tolles Bild. Einfach sehr so ein Blazer an. Und ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. So eine gestreifte Bluse. Wie es ja jetzt völlig trendy ist. Und dann hat sie eine Shorts an. Und wirklich ganz, ganz tolle, ja, Boots oder Enkelboots. Wirklich ganz toll. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Outfit. Und was sich an diesem Outfit auch toll ist, finde ich, ist auch der Hut. Also das, finde ich, auch total klasse Hut. Und diese Bluse hebt sich super ab. Und von ihrer Tasche nicht ganz zu schweigen. Also ein wirklich tolles Outfit. Ich finde das sehr tragbar, weil es einfach auch sehr schlicht ist. Und man kann auch andere Schuhe dazu anziehen. Wenn man dann doch sich entscheidet, doch die Kinder nur von der Schule abzuholen. Oder im Sandkasten zu spielen. Ich fand das Outfit sehr, sehr schön. Ich trage auch sehr gerne schwarz im Winter. Und ich fand da auch die Shorts dazu mit dieser Strumpfhose und der Leggings. Ein wirklich gelungenes Outfit. Wirklich. Ich liebe den Blog Mode Junkie. Sie macht, also sie macht sie nicht. Aber sie trägt sehr tragbare Mode. Also die Mode, die sie anzieht, ist sehr tragbar. Und die Sachen, die sie kombiniert, sind oft sehr simpel. Sind oft Basics. Was fast jeder im Schrank hat. Und ich finde es total schön, auch mal zu sehen, dass man nicht nur mit extravaganter Mode, mit viel, viel Farbe, viel Pling, Pling, tausend Accessoires, einfach gut aussehen kann. Das finde ich immer gut. Manchmal ist simpler Style der beste, wie ich finde. Und ja, ich verlinke den Blog Mode Junkie natürlich auch in der Infobox. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, guck dir ihr Styling an, ob du das magst. Ist wirklich total klasse. Mein Tipp in Sachen Mode für heute. Wirklich ganz, ganz toll. Und als letztes, ja, wir wollen uns vielleicht demnächst, wenn das dritte Kind kommt, einen Kühlschrank kaufen. Und somit habe ich schon mal das Netz so ein bisschen durchforstet. Was gibt es so an Kühlschränken, ja, an Kücheninterieurs. Hat mich auch mal interessiert, weil vielleicht wollen wir hier auch ein bisschen umgestalten in unserer Wohnung. Ja, wir brauchen einen riesen Kühlschrank, weil bald drei Kinder, fünf Leute, ist doch schon eine Menge. Und wir haben so einen ganz kleinen Kühlschrank. Wenn wir einkaufen, ja, ist eigentlich kein Platz mehr im Kühlschrank. Jetzt in einer kalten Jahrestrit haben wir Glück, dann kann man auch mal was auf die Terrasse stellen. Aber es ist wirklich nicht mehr auszuhalten. Wir brauchen einen neuen Kühlschrank. Und ich möchte einfach auch einen wohnlichen Kühlschrank haben, der einfach die Küche auch ein bisschen aufpeppt. Und da habe ich einen ganz, ganz tollen Interieur-Blog entdeckt. Und zwar ist es ein spanischer Block, den habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Und zwar ist das Destemain Ventana. Ja, Destemain Ventana, ein ganz, ganz toller Block. Und ja, ich liebe einfach das Interieur. Und da bin ich auch fündig geworden. Und zwar ist hier ein ganz, ganz toller Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch genau sehen könnt. Von Smack. Das ist so eine 50er-Jahre-Linie. Und der ist so in so einem leichten Blau, was ich total cool fand. Und dann habe ich gedacht so, blau habe ich überhaupt nicht in der Wohnung. Kann ich das denn machen? Und dann habe ich mich mal für das Farbkonzept Blau-Weiß halt so ein bisschen entschieden und so ein bisschen geguckt. Was gibt es da? Und ich finde es erstaunlich. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Ich finde es erstaunlich, was man wirklich da machen kann. Das Blau wird immer wieder aufgegriffen in der ganzen Kücheneinrichtung. Hier nochmal dieser Kühlschrank. Guck mal, ob ich noch ein anderes Bild finde. Und ja, wirklich ganz, ganz toll. Ich liebe ja auch diesen skandinavischen Style. Und hier nochmal das Foto unten auch mit der ganz tollen Schlafzimmereinrichtung. Wirklich klasse. Also ich liebe einfach weiße Einrichtungen. Und wenn meine Kinder groß sind und nicht mal alles mit dem Teller beschmieren, dann werde ich wieder auch ein bisschen, ja, ein bisschen heller mich einrichten. Aber dieser Kühlschrank, ist der nicht cool? Ich liebe ihn. Und ich glaube, diese Farbe wird es wohl werden. Hellblau. Oder ich habe gesehen, den gibt es auch im Mint. Finde ich irgendwie auch cool. Deswegen, ich verlinke dir den Blog Destemai Montana. Ein ganz, ganz toller InDesign-Blog. Da kannst du dir wirklich ganz, ganz tolle Ideen fürs Häusle innen holen. Und wirklich ganz toll. Toller Stil. Sehr viel weiß. Ja, aber auch ein ganz toller Stil, wie ich finde. Guck einfach mal rein. Und das, ja, guck einfach mal rein. Du findest bestimmt ganz, ganz tolle Dinge, die du vielleicht in deiner Wohnung auch umsetzen kannst. Ja, das soll es für heute schon gewesen sein. Wie gesagt, nächsten Sonntag wieder einschalten. Pasta, Jeans and Living Dreams. Jetzt immer sonntags. Und wenn du noch mehrere Videos sehen möchtest, klick dich hier gleich zu Ladylandrand in die Küche. Dort gibt es vegetarische Rezepte en masse. Da kannst du so richtig schön für die Family oder für den Freund, für den Mann oder für Oma und Opa oder für Schwiegertochter oder Schwiegersohn, keine Ahnung, kochen. Und hier oben geht es direkt zum Yoga, weil Bewegung muss ja auch immer sein. Und ja, such dir nur schöne Yogaübungen raus und, ja, einfach ein bisschen bewegt. Hier unten geht es zu Lifestyle mit Ladylandrand. Dort findest du Haushaltstipps, dort findest du andere Tipps, Mode, Beauty, keine Ahnung, was da schon alles zusammengekommen ist. Und hier unten geht es zu Mutterlandrand, der Kanal nur für Mütter, Kinderrezepte, Yoga für Schwangere, Yoga für Mütter. Was gibt es dann noch? Ja, auch so Tipps und Tricks und Lifestyle. Ja, such dir was aus, klick dich rein und, ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Tschüss!